Vor über 20 Jahren haben wir uns ein Ziel gesetzt, unser Leben durch intelligente Technologien einfacher zu machen. Mit unserem neuesten Smart Home System machen wir heute genau das. In HOMATIC IP steckt unsere modernste Technik. Alle unsere Geräte basieren auf der neuen Generation des Internetprotokolls IPv6, also auf dem gleichen erfolgreichen Standard wie das Internet selbst. Und wir glauben fest daran, dass der Technologie, die sich praktisch in allen Bereichen durchgesetzt hat, auch im Internet of Things alleine die Zukunft gehört. HOMATIC IP-Geräte arbeiten aber auch, sollte die Internetverbindung mal ausfallen. Denn die Geräte führen die meisten Funktionen direkt miteinander aus. Dank niedriger Frequenz werden alle Daten stabil und über eine große Distanz ausgetauscht. Ohne durch WLAN oder Bluetooth im 2,4 Gigahertz Band gestört zu werden. In vielen Fällen müssen Geräte nicht einmal mehr angefunkt werden, weil sie die Konfigurationen bereits in sich tragen. Mit anderen Worten, egal wie, egal wo, egal wann, HOMATIC IP funktioniert einfach. Aus gutem Grund wurde HOMATIC IP mehrfach ausgezeichnet und von der Stiftung Warentest in einer Beschreibung mit dem Titel bedienungsfreundlich versehen. Und wie sieht's mit der Sicherheit aus? HOMATIC IP ist das erste Smart Home System, bei dem nicht nur die IT- und Datensicherheit vom VDE zertifiziert wurden, sondern auch das Funkprotokoll. Sämtliche Funkpakete werden verschlüsselt und authentisiert. Ein Mitlesen oder gar Verändern von Daten ist somit ausgeschlossen. Bereits während der Installation des Systems läuft die Kommunikation von HOMATIC IP gesichert ab und kann nicht manipuliert werden. Auch das Thema Datenschutz hat bei uns höchste Priorität. Sämtliche Nutzer bleiben anonym. Wir speichern nicht einmal die IP-Adressen unserer Kunden. Und für zusätzlichen Schutz stehen alle unsere Server in Deutschland bei deutschen Betreibern. Sicheres System heißt aber nicht geschlossenes System oder Proprietär. Ganz im Gegenteil. HOMATIC IP ist eine offene Plattform. Andere Hersteller können unsere Geräte ohne großen Aufwand in ihre Systeme integrieren. Wir unterstützen Dritte sogar dabei, indem wir ihnen die Software unserer Zentrale kostenlos zur Verfügung stellen. Auf Wunsch liefern wir ihnen auch Module, Firmware, Technologie und Tools, damit Partner eigene Geräte herstellen können. Oder aber wir entwickeln passende Geräte für unsere Partner. Mit ihrem Logo, ihrem Gehäuse, mit ihren ganz eigenen Funktionen. Warum wir das machen? Weil wir uns vor über 20 Jahren ein Ziel gesetzt haben. Unser Leben durch intelligente Technologien einfacher zu machen. Einfach installiert, einfach erweitert, einfach komfortabel. HOMATIC IP HOMATIC IP HOMATIC IP